moin moin und hallo ein herzliches willkommen schön dass sie wieder eingeschaltet hat bei der großen spiele bibliothek von a bis z denn auch heute kommt wieder ein neues spiel und zwar wollen wir ein bisschen pflanzen und zombies spielen oder pflanzen gegen zombies und hoffe dass ihr bock drauf habt und dabei seid also bleibt dran direkt nach dem code opener geht's los und dann zocken wir das so meine lieben damen und herren heute möchte ich mit euch die ersten 30 minuten an zocken von plants versus zombies garden warfare und ja mit euch mal rein schnuppern mal gucken ob das was für euch ist ob ihr bock drauf habt und schnuppern wir mal rein aber erst mal wollte ich noch kurz abwarten bis das kleine intro kommt damit wir auch ein bisschen ja so kleine mood trailer würde ich sagen bock drauf kriegen und ja schauen wir mal auf das spiel was taugt so müsste eigentlich immer mit losgehen könnte sich nur um stunden handeln aber die zeit rechne ich dafür nicht an weil was soll's wir haben es ja so ich hoffe dass es gleich los geht und es geht los so das war jetzt nicht viel aber ich wollte es euch ja jetzt auch nicht verheimlichen das kleine intro von daher starten mit 30 minuten genau jetzt und schnuppern mal rein was das spiel zu bieten hat so verbinde mit ea server sollten wir hinkriegen dann mach mal hin komm lass mich ran hier was brauchst du so lange geht doch so sticker laden öffne mich der sticker laden wird neu bestückt wenn er mich so schon einlädt dann machen wir das doch gleich dann gucken wir doch mal rein mhm feiertags special pack öffnen wir mal warum nicht was kriegen wir denn schönes ein braunmantel ein karibum ein schneepilz weinersbaum ok noch ein warum nicht was kriegen wir hier komisches sticker neuer spielcharakter bärenwerfer freigeschaltet mega nice es geht weiter öffne mich zirkus kacktee freigeschaltet zirkus kacktee freigeschaltet boah ey wen haben wir noch plasma erbze freigeschaltet das geht ja hervorragend oh gott wie viel haben wir noch öffnen wir noch mal ein paar chester schnapper freigeschaltet und nochmal ne chester kraut und kochkäse ok geht das schon gut los dr chester freigeschaltet na hervorragend und was kommt noch Käsewarp Gepard Haftkugel und Gepard Heilstation ok mehr wollen wir jetzt nicht das reicht wir wollen jetzt eine runde Gartenkommando spielen und ähm oh was können wir dann spiel erstellen Karte zufällig Schwierigkeit normal Berechtigung nur mit Einladung ich bin bereit denn wir wollen ja nur einmal reinschnuppern was das Spiel kann es geht los dein Job als Zombiesoldat ist es Epson Kanonen von den Dächern fernzuhalten und Knoblauchdrohnen vom Himmel zu holen ok jetzt versuchen wir mal Tipps ein eingeschleimter Zombie dreht sich langsamer perfekt ok Erbsenkanone verdiene einen Stern für Level 2 ok nennen wir die Erbsenkanone und los Runde beginnt in 11 10 ok wir alleine gegen die Zombies ok Garten da leuchtet was auch da gehen wir gleich mal hin was können wir hier machen Pflanzen yes Pflanzen düngen was haben wir hier noch erbsenwerfer pflanzen auswählen ok da ist noch ein Topf was nennt man hier Duplinator Mg Erbsen können wir nicht Pack Choi probieren wir mal aus und hier pflanzen wir eine Heilblume oder den hier oh oh da hinten kommen Zombies da müssen wir schnell hin wo sind sie wo sind sie da kommt noch mehr hoffe ich doch verteidigen oh wir müssen zurück oh oh weg mit dir hinfort elendiger Zombie dafür bauen wir erstmal nochmal eine was ist das Angsthasepips probieren wir mal aus warum nicht und da kommt der hier wieder hin was worauf schießt der oh eine Bombe und das ist Booth sehr schön da haben wir das ja alles gecheckt ich hier hier greift meine Pflanzen hier nicht an greift meine Pflanzen hier nicht an so ist hier oben noch was Oh ja, hier können wir auch noch einen hinbauen. So schön. Oh, die ist kaputt. So, nächste Zombiewelle. Schnell hier noch einen hinpflanzen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Komm her. Da hinten kommen sie. Haha, die holen wir uns. Kommt mal her hier. Oh, da habe ich aber Schaden erlitten. Ich muss gleich mal... den hier machen. Yeah! Perfekt! Das gibt Helm. Da bauen wir... den hier. Können wir hier auch noch welche setzen? Oh ja, hier. Beteiligen! Alter. Sieht ja gar nicht gut aus. Muss hier weg. Wackt der da fest? Hoffe ich doch. So, der muss auch weg. So, da kommt noch einer. Den kriegen wir auch. Komm! Lad nach! Danke. Nein! Nein! Dein Team wurde K.O. geschlagen. Ich war zu gierig. Game over! Ha! Das musste ja passieren. Egal. Starten wir nochmal. Jetzt haben wir ja das System gecheckt. Ist ja gut. Ist ja gut. So, zufällig. Die Schwierigkeit nochmal. Nur mit Einladung. Ich bin bereit. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Auf welcher Karte. Okay. Schnapper. verdienen einen stern für level 2 nächstes level sonnenblume können wir alles nicht nehmen nehmen wir noch mal die erbsenkanone kein problem 125 leben habe ich das doch gut mal wie lange kann er boosten bis hier ok schnell dünnen mehr garten haben wir nicht dann suchen wir mehr top pflanzen da ist noch eine da bauen wir eine heilblume hier brauchen wir noch mehr abwehr da kommen sie well abgeschlossen super dann können wir ja wieder pflanzen oh wow hallo santi weiter geht's hier bauen wir wieder einen hin was haben wir noch langsamer teil können wir unten noch was machen ja ich gehe gleich wieder hoch ich gehe gleich wieder hoch keine ahnung ich gehe gleich wieder hoch wir holen uns die zombies hier kein problem eilpflanze oh komm mal her hier weg ist er ok bestimmt ein paar top pflanzen da vernichtet worden da sind wir noch weg zum glück haben wir die heilpflanze hervorragend da hinten ist auch noch ein pot wir dürfen keinen verlieren welle 3 oh was ist das da müssen wir hin das sieht gar nicht gut aus was bauen wir hier was bauen wir hier hier bauen wir noch so ein teil ok da kommen die zombies der schon mal weg der gehört mir wohl oh da hinten kommen zombies ja aber die sind noch weit weg von wo kommen sie jetzt der ist schon mal weg eine welle nähert sich hier nachladen der ist schon tot jetzt kommen sie von hier ja rette die kleinen gärten und haben wir geschafft mega nächste welle kommt gleich ich aus spanisch da hast du mich jetzt kalt erwischt wenn ich was könnte würde ich es gerne sagen ich muss schnell heilung haben wo ist meine heilpflanze ich gebe mal heilung danke hervorragend der noch weg den weg wo ist noch einer da weg ist er hervorragend dann noch den dicken hier hervorragend welle abgeschlossen dann können wir uns noch schnell heilen ok top pflanzen wieder setzen ähm was ist das hier setzen wir dreimal ein komm ein grabstein ist aufgetaucht wo oh oh da müssen wir hin gucken wir mal dass wir den schnell platt kriegen oh oh ist ja ein boss wow da bin ich jetzt wow mega überfordert gewesen würde ich sagen naja ist ja auch kein spiel für einen alleine aber das bewältigen wir auch da kämpfen wir uns durch machen wir noch eine runde im zufalls modus würde ich sagen und dann ist das wieder hervorragend ist das wieder hervorragend ich bin bereit mal gucken was jetzt kommt jetzt haben wir den komischen was war das gerade Friedhof ja Friedhof sah es nicht aus aber den vor den vor die vorstadt gehabt oder den vor dort was es war trailerpark und die minenstadt und jetzt sind wir in der richtigen city okay da machen wir nochmal einen alleingang würde ich sagen Sternüberspringer nutzen was ist das okay grabe noch mhm neue Fähigkeiten wir können eine Sonnenblume zucken mhm Kartoffelminen nein wir nehmen jetzt mal den Schnapper und gucken mal neue Fähigkeit vergraben okay da bin ich ja mal gespannt ob ich das auf die Reihe kriege okay anspucken kann ich nicht okay okay wo ist der erste Garten wo ist der erste Garten noch sehe ich hier keinen ähm da ist ein Garten da ist ein Garten und da oben nehmen wir den da oben den schauen wir uns doch mal an da bauen wir da hin jawoll schön oben von allen Seiten da pflanzen wir doch gleich mal an okay okay was bauen wir da rein Karibum ist das eine Mine oder was mhm gucken wir mal hier setzen wir den hin und wir brauchen eigentlich eine Heil ein Heilpilz irgendwo ah da da setzen wir den hin okay hier können wir noch vorbereiten aber wir haben keine Karten mehr bei wir nutzen wir ein paar Karibum was solls wo kommen sie wo kommen sie da kommen sie ah der ist aber langsam finde ich instant killer aber mit so einer Menge hier okay mhm aber es ist nicht gerade zum Vorteil der ist mega langsam okay okay oi was machst du denn da komm mal weg hier welle geschafft hervorragend können wir hier noch einsetzen angsthasen angsthasen pilz besser als gar kein pilz jetzt ziehen wir den nochmal was könnten wir da hinten eigentlich auch oh da ist meine Heilpflanze kaputt das geht ja gar nicht so wo sind die denn dann komm her da unten kommen sie da unten kommen sie wo war der Helmi der müsste da unten gewesen sein oder oh oh wo war er komm mal her hier die schnabbeli ich da weg mhm ja eine Heilpflanze bringt mir nichts nicht hier mhm jetzt zerbricht die aber da okay ah okay Perfekt jetzt müssen wir aber schnell uns um die Zombies auch kümmern mitnehmen weil sonst kriegen die mich hier kurz und klein okay schnell weg hier jetzt müssen wir aber unbedingt weg hier okay wo ist der Ballermann okay der ist weg da hinten kommen sie da kommen sie was greifst du den da an spinnst du den haben wir Teleporter hinüber Welle abgeschlossen hervorragend aber wir müssen irgendwo eine Heilpflanze setzen aber wir müssen irgendwo eine Heilpflanze setzen die obhorn wir hier komm schon komm schon so ich hör doch schon wieder was kichern hier Autsch Autsch Heilung holen hier lauf nicht so weit genau so genau so hervorragend soo wo ist der andere da äh irgendwas war hier am Ballern äh irgendwas war hier am Ballern viel haben wir ja nicht mehr 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 Spielautomat und und noch mal Cash 500 Das war so klar, aber was soll ich machen, er hat keine Fernkampftechniken. Aber als Team-Unterstützer wäre er bestimmt nicht schlecht gewesen, würde ich mal sagen, aber alleine, mh, Welle 1, 2, Herz 4, ok, Münzen gesammelt 2350, Welle 4 von 10, wir haben es noch nicht geschafft, die 10. Welle zu erreichen, ok, aber wir können uns mal gucken, oder schauen, ob wir, mit den Karten uns noch vertraut machen können, kurz. So, Multiplayer, Spielercharakter, Stickerladen, Stickerheft, was haben wir hier, Zombies 189, Wahnsinn. Ähm, vielleicht können wir, mh, noch was öffnen. Das war es ja, Stickerladen mit 9 Stück. Nachschubpack, 5.000, 10.000, 20.000. Was haben wir hier, Zomboss Downpack, unglaubliches Glitzerpack. Okay, wollen wir uns mal wagen? Komm, wir wagen es. Möchtest du ein Stickerpack kaufen? Ja, wollen wir. Und was haben wir bekommen? Ähm, ein Stück von der Sonnenblume. Dann, ein Gartenzwerg-Set, okay. Ein Team-Neuversuch, ein Yeti-Wicht, ein Strandtag-Set und ein Beach-Volleyball-Set. Naja, Marschubpack brauchen wir alles nicht mehr. Aber, liebe Leute, die 30 Minuten sind auch schon rum. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen erfahren von dem Spiel und habt selber Bock drauf bekommen. Und wolltet es noch nachholen, dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß dabei. Ansonsten bedanke ich mich natürlich, dass ihr zugeschaut habt, wie immer. Und, äh, im Moment ist die Spielebibliothek um die 530 Spiele groß. Aber sie sollen auch viel größer werden, damit ihr noch eine größere Auswahl habt. Und vielleicht noch den einen oder anderen Titel für euch findet. Naja, seid gespannt, bleibt dran. Denn, äh, wie gesagt, die Spielebibliothek wird sehr wachsen. Von daher, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, folgt mir auf Twitch. Denn dann, damit würde ich die Spielebibliothek wirklich sehr unterstützen. Und mich würde es freuen. Von daher, bis bald. Ciao. Ciao. Bis bald. Bis bald. Bis bald.